damit willkommen zurück ne part neues glück wir synchronisieren uns jetzt mit riley und ja und los geht's nur okay also den typ den typ kriegen wir es so erstmal nicht okay wir schleichen uns hier so ja wir schleichen uns hier längens die gar nicht haben wir gehen hier durchs röcke gut das ist ein ziemlich blutrünstiger kleiner wuff hier war wir warten mal eben bis der hier vorbei ist nicht dass der das noch spitz kriegt dass wir hätte hier zerfleischen das geht noch den dass ich mal eben da wo er ist wir nehmen ihn hier ins visier die lassen wir auch mal eben vorbeiziehen okay das hat nicht so gut funktioniert müssen wir einfach mal fixer sein und zwar probieren wir es jetzt mal ihn hier mal sehen was hier vor sich geht gut 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 die sind 12 Okay, okay, oh ne, ne, das bringt ja nicht. Okay. Hm, okay. Okay. Äh, ich vermute, den müssen wir auch noch schnitzeln gehen, oder nicht? So, dich sieht keiner mehr. Okay. Gut. Gut, ich glaube, damit hätten wir das hier geschafft. Ja. Herr Scott, verdammt nochmal, lieber Hund, Junge. Ja. Okay. Äh. Riley, nicht so schnell. Was ist mit dem Hund los? Riley, bei Fuß. Wow, etwas langsamer. Gut, ich habe ein bisschen mehr. Was ist los, Junge? Oh. Scheiße. Äh. Ja, was soll ich machen? Ich halte dich, ich drücke X. Okay, Riley fickt den mal eben aus dem Leben. Knarre, knarre, knarre. Glaub mal. Riley, mein kleiner Wurf. Oh, ich hatte nur einen Schuss. Okay, gut, gut, gut. Danke, Maverick. Ich glaube, du hast es für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charly gebracht. Wird er vermisst? Yeah. Ajax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja. Schöne mal deine Nuggets, Alter. Ja. Was ich sage und wann er es sagt. Was er sagt und wann er es sagt. Mhm. Okay. Hm. Läuft bei dir, Brudi. Okay. Und jetzt? So, nichts mehr. Ähm. Entschuldigung, äh, falls man da gerade ein bisschen das Vibrieren gehört hat. Das war mein Handy. Was? Was? Ups. Okay, nehmen wir mal die Flinte. Okay. Alter. Das schreckt mich doch nicht so. Ja. Ich habe auch, äh, Ziele im Visier gehabt. So. Das glaubt auch nur ihr, dass ihr mich so kriegt, wa? Haha. Na, ich habe doch. Uh. Nachladen. Was kann ihn besser? Okay. Mit Rotpunkt fahren wir, glaube ich, relativ gut. Ja. Jax hat nicht Mellor. Na, komm. Gut, aber dafür mehr im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020